Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir spielen das Spiel aller Spiele. Let's go, let's go, let's go. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren und ich wünsche euch sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dem Video. Ah, ey, endlich. Also ich hoffe ja wirklich, hoffe ja wirklich. Falls ihr bei diesem Video keinen Daumen hoch lässt, dann weiß ich auch nicht. Spider-Man. Hi. Spider-Man. Ein paar Typen schießen auf die Polizei. Sofort aufgeben. Du schnappst uns nicht. Ballerei, haut nah. Oh oh, ich unternehme was. Ja, da gehen wir direkt rüber. Komm, müssen wir packen. Frische Schießerei hier am Start. Alter, der hat ein Maschinengewehr. Da muss ich aufpassen. Keine Sorge, den holen wir uns auch noch. Veränder dich doch mal beruflich. Was? Was war denn das jetzt? Komischer Angriff. Ich muss auf jeden Fall noch einiges killen, Leute. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mal am Start seid. Leute, 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 Leute. Das ist einer der besten Spider-Man-Spiele, die es jemals gegeben hat. Auf dem Planeten, meiner Meinung nach. Welches Spider-Man-Spiel findet ihr eigentlich am besten? Das würde mich auch mal interessieren. So rein von eurer Erfahrung jetzt aus her. So die Games, die ihr gespielt habt. Also ich finde Marvel-Spider-Man zum Beispiel mega cool. Aber ich finde auch ganz viele andere Spider-Man-Teile genauso nice, ehrlich gesagt. Also ich bin auf eure Meinung gespannt, ganz ehrlich. Also viele Spider-Man-Teile... Also jetzt mal ehrlich, ne? Dieser Spider-Man-Teil ist... Keine Ahnung warum, ne? Aber das ist einzigartig. Wirklich einzigartig. Hi, ich heiße Spider-Man und bin heute ihr Superheld. Allein die Synchronsprecher, ne? Das ist krank. Ah, wurden wir verarscht? Wir wurden verarscht, liebe Freunde. Ich bin mal gespannt. Also, wow. Ich hab zwei Stück auf einmal nach oben. Habt ihr das gesehen? Nette Gaunerei, aber Punktabzug in der B-Note. Das ist so geil, ne? Ich finde das... Sollte diese Falle für mich sein? Ich finde diese... Ich finde allein... Also wirklich... Ich finde, das Gameplay... Das Game ist... Wann ist das erschienen? 2003? 2004? 2002? Ich weiß es gar nicht, wann das Game erschienen ist. Das würde ich mal gerne wissen, Leute. Also, wann ist das Game erschienen? Falls ihr es wisst, sehr gerne in die Kommentare, weil... Ey, Leute, überlegt mal, wie alt das Game ist. Es ist immer noch so bombisch. Also, immer noch so geil, wisst ihr? Und? Es ist... Ich wollte noch mal sagen, wir spielen auf 4K, Leute. 4K. 4K. Also, höher kann ich das Spiele spielen. Also... Immer doch. Das ist krank. Ehrlich, das ist krank. Einfach krank, wirklich. Ja. So sieht unser Kollege aus. Das geilste Game ever, ey. Bestes Spider-Man. Einer der besten Spider-Man-Teile für mich, wirklich. Oh, der unten will irgendwie noch ein bisschen... Unterstützung. Den helfen wir natürlich. Hi. Hi. Ich heiße Spider-Man und bin heute ihr Superheld. Jemanden wurde das Auto gestohlen, Spidey. Wer wagt es? Das Heftige ist... Ich glaube, ich habe auch noch nie so eine City gesehen. Okay, ich erledige das. Eine Stadt, die so krass dermaßen überfallen ist mit Räubern. Oder so voll mit Räubern ist, ehrlich gesagt. Ein unglaublich interessantes... Ja, Phänomen hier. Hier. Alter, sieht aus wie eine Limousine oder so. Alter, sieht aus wie eine Limousine, oder? Ihr Jungs seid wirklich lästig. Alter, krasse Uzi dabei, ey. Und ehrlich, ne? In dem Spiel machen Uzi so viel Schaden. Ich mach mal ganz kurz die Map hier auf. Ich möchte mal auf einmal was gucken. Und zwar will ich mir neue Skills holen. Oh, das passt doch sogar. Ich muss die einfach nur geradeaus. Ja. Also einfach in diese Richtung. Geradeaus. Machen wir. Ein paar Skills muss ich mir holen. Äh, wir haben ja schon einiges, äh, ja, gelevelt. Also nicht gelevelt jetzt, aber... Wir haben einiges, ja, äh, erwirtschaftet, sag ich mal. An Skill Points. Und die will ich mir auch wieder holen. Ah, da guckt, seht ihr das in dem Sternchen da auf der Map? Da kann man sozusagen seine Skills killen. Also seine Skills killen, ja. Seine Fertigkeiten erweitern. Ich zeig euch das mal hier eben. Wo war das denn? Hier. Und das ist das Geile. Ihr müsst extra in einen Laden, um eure Skills zu skillen, so. Das ist richtig geil. Du hast richtig so einen Grund dafür, warum du umdinkleveln willst und so. Ist voll geil. Und man entwickelt sich halt. So, 3.545, aber ich kann leider gar nichts kaufen. Guck mal. Ne, ich kann leider gar nichts kaufen. Schade aber auch. Hätte ja sein können. Was muss ich überhaupt machen? Verdiene noch 3.000 Heldenpunkte. Oh. Erfülle den Daily Bugle Auftrag. Ja, machen wir später. Machen wir ein paar Heldenaufträge. Die Stadt braucht unsere Hilfe anscheinend. Na, wie geht's? Hier spielte sich gerade eine Verfolgung ab. Fast wurde jemand überfahren. Ich muss das fliegende Auto stoppen, bevor jemand verletzt wird. Ja, da kommen wir natürlich. Das ist krass, ehrlich. Ey, was ein Gameplay, ne? Überleg mal. Das ist so krass. Rauf da. Rauf nicht mit deinem Gesicht in meine Faust. Zack. Okay. Sehr schön. Da hinten ist auch noch was los. Der Ballon. Mein Ballon. Den holen wir uns. Oder? Nein. Den müssen wir uns holen. Nein. Oh mein Gott, wenn ich den nicht schaffe, ne? Den müssen wir uns holen, Leute. Für die Ehre. Ja. Wir haben's geschafft. Das ist auch krass. Wisst ihr? Ich sag's euch. Es gibt kein Spider-Man-Teil, wo man Ballons für so ein Kind suchen muss. Also sei brav. Wie sagt man? Es gibt... Es gibt einfach keinen anderen Spider-Man. Kein Spider-Man 3, kein Spider-Man 1, kein Marvel-Spider-Man. Kein Spider-Man hat so eine Funktion wie hier. Das ist sowas von geil gemacht. Das vergessen die Entwickler, solche Kleinigkeiten. Hey, der schießt seinen eigenen Freund ab. Was geht bei ihm denn ab? Habt ihr das gerade gesehen? Alter, der schießt seinen eigenen Freund ab. Er schießt seinen eigenen Freund ab, weil er so weit vorne ist. Oh, oh, oh. Ey, 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 ey. Mach mal ne Pause. Oh, der hat heftigen Uzi. Das könnte jetzt was wehen. Uzi geht gar nicht. Uzi macht immer viel Schaden. Seht ihr? Ich bin fast down. Mehr hast du nicht drauf? Krass. Uzi macht so viel Schaden. Gut, dass du da bist, Netzschwinger. Kein Problem, Officer. Jederzeit. Ha. Officer. Hallo, Officer. Wir helfen gerne. Wo sie auch immer uns benötigen. Brauchen. Je nachdem. Nein, nicht mein Geld. Ah. Komm. Man kann auch die Zeit anhalten. Das wollte ich auch noch euch zeigen. Zum Beispiel so. Ich zeige euch das jetzt mal. Da hinten drüben. So zum Beispiel. Das ist so geil. Ha. So, und jetzt hier. So krass, ne? Alles. Das ist sowas von geil, ehrlich. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, ist. Früher. Früher, muss ich sagen. Hat mir das Game auch schon extrem hart Spaß gemacht. Also nostalgischer geht es einfach kaum. Sie sind jetzt sicher. Ich hab sie. Der eine Bauarbeiter. Wie ist da der runtergefallen? Oder hochgekommen? Jetzt frage ich mich auch. Wie viel haben wir? Brauchen wir noch? Wir gucken mal kurz. Oh, wir haben 3000x3000. Jetzt machen wir eine Daily Bugle. Ich mach doch keine Ursache. Eine Daily Bugle Auftrag. Wo ist er denn? Normalerweise könnten wir auch skillen. Aber ich glaube, das kann man erst im Nachhinein irgendwann machen. Wir schwingen noch ein bisschen, weil es ist abends. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Aufträge. Da, hier drüben. Hier braucht anscheinend wohl jemand Hilfe. Panzerwagen? Boah, krass. Die kriminellste Stadt überhaupt. Oh mein Gott. Ich fliege ganz, ganz falsch. Nein. Boah, wenn wir das nicht schaffen, ne? Boah, wir haben Glück. Ich weiß, wir schaffen das nicht. Ich komme. Hey, Spidey, wir haben uns schaffen. Aua. Das hat wehgetan. Mann, du bist nichts. Du bist gar nichts. Ja, was bin ich dann, Kollege? Aua. 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 Er hat noch eine Pistole. Ah, ich muss mich voll an die Steuerung gewöhnen. Voll der Nut noch. Oh, die hau ihn sogar ab. Alter, der überfährt mich auch noch. Na, warte. Pisser, ey. Warte. Ja, das Krasste wäre, wenn ihr jetzt noch auf ein Auto schießt. Hau rein. Guck mal, statt zu kämpfen... Achtung, hier kommt Spiderman. Ja, weil die Angst haben. Braucht das Geld. Okay, da ist trotzdem noch ein Gegner. Den hole ich mir auch noch. Da oben! Boah, war das knapp. Ja, liebe Freunde. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich dann hier von dieser legendären Folge von Let's Play Spiderman. Falls euch das Projekt gefallen hat oder das Video, dann sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ich noch weitere Videos bringen soll. Unbedingt. Dann kommen weitere Folgen. Alter, das ist so geil. Oha, hier ist ein Wolkenkratzer. 4 von 150 habe ich jetzt. Oh, da hinten ist noch einer. Den habe ich mir auch noch. Ha, jetzt habe ich 4 von 150. Ne, 5 von 150. Krass. Ja, so sieht das Game aus, liebe Freunde. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Es ist sowas von geil, so nostalgisch. Hammergeil. Wir werden nicht vergessen und... Wart rein. Wart rein. Wart rein. Wart rein. Wart rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017